Moin moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Das Tragen einer FFP2-Maske wird an immer mehr Orten zur Pflicht. Und mit diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr eine FFP2-Maske tragen könnt und trotzdem so gut wie normal Luft bekommt. Als erstes packe ich die FFP2-Maske aus. So, die Maske ist ausgepackt. Als nächstes klappe ich sie aus. So, der nächste Schritt lautet, ich nehme hier die Unterseite und klappe sie nach innen. So, nun nehme ich die FFP2-Maske und packe sie mir in den Mund-Nasen-Bereich. Genau so. Und jetzt nehme ich die Bänder und verdrehe die. So. Und so könnt ihr eine FFP2-Maske tragen und trotzdem so gut wie normal Luft bekommen. So, das war mein zugegebenermaßen ehrenloser Lifehack. Ich hoffe, euch hat dieses Video unterhalten. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch. So, das war mein zugegebenermaßen. 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 So, das war mein zugegebenermaßen.